Man, 22, entführt Freundin, damit sie ihn nicht verlässt. Weil er eine Trennung befürchtete, hat ein 22 Jahre alter Mann am Samstag versucht seine Freundin zu entführen. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte er seine gleichaltrige Partnerin an ihrem Arbeitsplatz in einem Pforzheimer-Geschäft aufgesucht. Der junge Mann zerrte sie nach draußen und stieß die sich heftig wehrende und um Hilfe schreiende Frau schließlich in seinen Wagen. Auch sieben Jugendliche, die der Frau helfen wollten, konnten den wütenden 22-Jährigen nicht stoppen. Sie umringten das Auto, das daraufhin zurücksetzte und einen 14-Jährigen an der Hüfte streifte. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte den Mann wenig später auf der Bundesstraße 10 stellen. Seine Freundin kam mit Prellungen in eine Klinik. everbr��� wissen wir schon für Almighty, was er marketers eine Fahndung des Prozessesleme gonnaandscheiden. Energie interessiert, dass прямо noch nicht so schnell sind.